Wie trainiert man möglichst effizient und effektiv auf einen hohen VO2 Max? Diese Frage klären wir heute. Herzlich Willkommen, mein Name ist Moritz Binder, ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße Dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Länger Leben Podcast. Heute sprechen wir darüber, wie wir unsere Herz-Kreislauf-Leistung und die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität als ein Proxy dafür systematisch verbessern können. Und falls ihr die vorangehende Folge noch nicht gehört habt, lade ich euch ein, das nachzuholen. Da haben wir nämlich einige wichtige Basics gelegt. Heute besprechen wir, wie wir also unseren VO2 Max verbessern. Und die Antwort ist ehrlich gesagt ziemlich simpel. Macht Intervalle in sehr hoher Intensität von 3 bis 8 Minuten mit äquivalenter Erholungszeit. Die Antwort ist so richtig, aber man muss sie natürlich einbetten. Denn erstens ist es total sinnvoll, neben diesen hohen Belastungsintensitäten auch in niedrigen zu trainieren. Und zweitens kann man sich, wenn man das jetzt einfach so macht, ganz schön in Probleme rein manövrieren. Und deswegen braucht es ein bisschen Einbettung und Personalisierung. Das erste Thema, diese Grundlagenausdauer, niedrigere Belastungszonen, Low Intensity, Steady State, Zone 2 und wie man das alles nennen kann und welche Konzepte es da gibt, da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Das ist ein riesiges Thema, auch total spannend. Aber das hebe ich mir für einen anderen Podcast auf. Wir wollen uns heute also der Frage widmen, wie wir unseren VO2max, unsere maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, verbessern können. Und ich hatte eben beim letzten Mal als Mini-Recap überlegt oder euch angeboten als Gedanke, dass bei dieser maximalen Sauerstoffaufnahmekapazitätsleistung die Lunge eine Rolle spielt. Wir atmen die Luft ein, dann wird unser Blut oxygeniert vom Herz-Kreislauf-System durch den Organismus geleitet und dann von der Muskulatur aufgenommen. Und damit das eben gut gelingt, muss man das in hohen Intensitäten machen. Also wenn ich so locker vor mich hintrabe, dann habe ich auch unter Umständen eine Adaptationsleistung und dann eine Superkompensation oder eine Anpassung des Organismus an diesen Reiz. Aber wenn ich eben das, was ich jetzt nochmal wiederholt habe, wirklich verbessern möchte und zwar stark verbessern möchte und in wenig Zeit verbessern möchte, dann muss ich mich an diese hohen Intensitäten rantasten. Und da sind eben Intervalle von drei bis acht Minuten optimal geeignet. Ihr werdet auf YouTube oder in verschiedenen Trainingsprogrammen kürzere Intervalle in der Regel finden. Also zum Beispiel, ich habe so ein Airbike von Rogue, das ist so ein Teil, ein Heimtrainer, da kann man sich richtig auskotzen und dieses Training optimal machen, weil man wenig Technik braucht und einfach Gas geben kann. Und da sind zum Beispiel so Tabata-Intervalle voreingestellt. Da gibt es auch ganz nette Forschung zu. Das wird natürlich eure Herz-Kreislauf-Leistung und auch den VO2-Max, insbesondere wenn ihr ein niedriges Ausgangsniveau habt, verbessern. Aber wenn ihr optimal eure Zeit nutzen wollt und maximal diesen Wert verbessern, dann reichen eben diese 20, 10 oder 10, 20 Intervalle oder auch einminütige Intervalle nicht unbedingt. Das kann ein ganz guter Start sein, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber wenn man es eben richtig, in Anführungszeichen, machen will, möglichst effizient, möglichst effektiv, dann sind diese drei bis acht Minuten eine ganz gute Orientierung. Ich persönlich, ich empfehle oft und mache das selber, dass ich vier mal vier Minuten Intervalle mache. Das heißt, ich mache mich so 10, 15 Minuten warm, dann gebe ich vier Minuten Vollgas, vier Minuten langsam. Und beim Langsammachen meine ich wirklich, wenn ihr zum Beispiel lauft, dann könnt ihr schon traben oder gehen, aber ihr könnt auch einfach stehen bleiben. Also es geht nicht darum, in dieser Zeit nochmal irgendeine Leistung zu erbringen, sondern eigentlich mehr darum, die Herzfrequenz wieder runter regulieren zu können und dann nach vier Minuten Pausenzeit wieder einigermaßen regeneriert zu sein, um nochmal vier Minuten wirklich ans Limit zu gehen und maximale Power geben zu können. Und ich persönlich mache es eben sehr gerne auf dem Airbike oder ich gehe am Berg laufen. Rudergerät ist auch super, wenn man die Technik kann. Es wird oft, finde ich, unterschätzt. Und da muss jeder ein bisschen die Spielart finden, die zu ihm passt. Und das Gute ist, das funktioniert. Also ich kann selber beichten oder berichten, dass ich vor einigen Jahren immer so an den Top 10 Prozent in meiner Alterskohorte rumgedümpelt bin und dachte, okay, wenn ich hier ein authentisches Vorbild sein muss, dann muss ich in die Top 2,5 Prozent. Da gibt es so Daten, das ist irgendwie relativ gut abbildbar, quantifizierbar. Und dann, genau, habe ich das halt systematisiert und bin jetzt da definitiv drin, eher in den Top 1 Prozent. Und ich bin sicherlich kein Triathlet, der kein Leben mehr hat, weil er nur auf dem Fahrrad, im Wasser und irgendwie auf der Laufstrecke ist, sondern ich trainiere halt ein paar Mal die Woche. Das ist wirklich kein Hexenwerk, wenn man es richtig angeht. Und was eben so wichtig ist aus meiner Sicht, ist immer diese Personalisierung. Das gilt für andere Sachen im Lebensstilbereich ganz genauso. Es gibt wenig Pauschalempfehlungen. In der Ernährung sowieso nicht. Beim Schlaf ein paar. Also es gibt natürlich Pauschalempfehlungen, die statistisch und für große Bevölkerungsgruppen irgendwie gelten. Aber wenn man es ernst meint, dann muss man immer gucken, wo kommt jemand her, was bringt jemand mit, was will jemand überhaupt, wie viel Zeit ist jemand bereit zu investieren und muss da irgendwie Anwendungslogiken und System entwickeln. Und das gilt halt jetzt auch, wenn wir unseren VO2 Max verbessern wollen. Deswegen, ich werde es jetzt versuchen, so ein bisschen zu skizzieren an ein paar Beispielmenschen. Aber ich finde, wenn ihr es ernst meint, dann nehmt euch einen Trainer. Im besten Fall jemanden, der eben nicht nur Trainer ist, sondern einen ganzheitlicheren Blick hat. Wink, wink. Ihr dürft gerne mir eine E-Mail schreiben. Eben jemand, der sich nicht nur mit Training auskennt, sondern das auch strategisch in so einen gesamten Gesundheitsmaßnahmenplan einbetten kann und euch dann auch begleitet, das immer wieder re-evaluiert. Guckt, wie das funktioniert und wie ihr euch entwickelt. Und wenn man aber jetzt so einen hypothetischen, jungen Kerl nimmt, irgendwie einen 30-Jährigen, der hat ein bisschen Triathlon-Erfahrung irgendwie aus der Studienzeit. Jetzt macht er nicht mehr so Intensivsport, aber irgendwie geht doch zwei-, dreimal die Woche laufen. Und er will es jetzt wirklich wissen. Der will jetzt alles rausholen und entweder mit weniger Zeit mehr seinen VO2-Max verbessern oder ihn wirklich systematisch ganz nach oben pushen. Dann gibt es eine schöne Studie, die nochmal veranschaulicht, dass das wirklich funktioniert, wenn man es darauf anlegt. Und zwar von Hickson. Das ist eine Studie, die ganz oft zitiert wurde. Kann ich auch in die Shownotes reinpacken. Da haben die Probanden zwischen 20 und 42 Jahren, also da würde unser 30-Jähriger, der es wirklich wissen will, voll reinpassen. Da haben die es geschafft, mit Probanden innerhalb von zehn Wochen den durchschnittlichen VO2-Max von 38 auf 55 Milliliter zu pushen. In zehn Wochen fast 17 Milliliter pro Minute, pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist unfassbar. Und das war auch damals so bahnbrechend oder eben heute immer noch, weil man gesehen hat, was für ein riesiger Potenzialraum da ist und wie modulierbar das ist in relativ kurzer Zeit. Also zehn Wochen ist ja wirklich überschaubar. Der Haken an der Sache ist, dass die meisten Leute das nicht durchstehen wollen und wahrscheinlich auch nicht können. Weil was die gemacht haben, die haben diese Probanden dreimal die Woche, also an drei Tagen die Woche, haben die dieses hochintensive Intervalltraining machen lassen, wie ich jetzt skizziert habe, und zwar mit fünf Minuten Intervallen. Und an drei anderen Tagen haben sie die Leute 40 Minuten so schnell und weit laufen lassen, wie es irgendwie möglich ist. Und dann hatten die diesen Effekt von 17 Milliliter in zehn Wochen. Und das ist richtig krass. Es wird, wie gesagt, immer noch viel zitiert. Das ist unglaublich, was die da aus den Leuten rausgekitzelt haben. Aber es ist halt wirklich anspruchsvoll und glaube ich für jemanden, der da keine Betreuung, Begleitung hat und vor allen Dingen jemanden, der nicht in der Vergangenheit Leistungssport gemacht hat, alleine vom Kopf gar nicht möglich. Also bei diesen hochintensiven Intervallen ist es wirklich wichtig, dass sie eine existenzielle Sterbeerfahrung macht. Ich habe ja manchmal auch Leute bei mir und wenn die dann so, mache ich so einen Testintervall mit denen und dann machen die da drei, vier Minuten. Und ich habe es schon häufiger erlebt, dass das dann abgebrochen wird, also dass sie irgendwann sagen, ah, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Natürlich kannst du noch, wenn der Löwe hinter dir her wäre. Natürlich könntest du noch weiter rennen, wenn es um dein Leben ging. Aber du machst es halt in dem Moment nicht, weil es ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Oder was passiert, dass jemand so einen Intervall macht und dann absteigt und sagt, boah, das war ja wirklich ganz schön anstrengend. Holla, die Waldvieh. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Und wenn du das sagst, dann hast du es nicht richtig gemacht. Weil ich will, dass du nach den vier Minuten auf dem Boden liegst und nichts mehr sagst, auch nichts mehr wissen willst. Du bist nicht mehr aufnahmefähig. Du siehst aus wie so ein nordischer Kombinierer, der sich als Unmensch da über die letzten hunderten Meter gequält hat und dann an der Ziellinie einfach zusammenfällt. Ich überspitze es jetzt natürlich ein bisschen. Aber ihr seht schon meinen Punkt. Also die meisten Leute, und da gibt es auch witzige Studien und Daten zu, die gehen nicht an ihre Belastungsgrenze. Es gibt da so eine Rate of Perceived Exertion und das kann man sowohl bei diesen Ausdauer oder hohen kardiovaskulären Belastungen, aber zum Beispiel auch beim Krafttraining kann man das testen. Da sagt man den Leuten, okay, jetzt mach mal so und so viele Wiederholungen mit so viel Gewicht, wie du es irgendwie schaffst. Oder mit so viel Gewicht, so viel Wiederholung, wie du es schaffst. So, und dann machen die das und dann machen die irgendwie fünf Wiederholungen und sagen, boah, das war wirklich anstrengend. Und dann pushen die die und schreien die an und sagen, nein, noch eine Wiederholung. Und dann machen die halt mit dem gleichen Gewicht nicht fünf, sondern auf einmal zehn. Doppelt so viel. Und vor allen Dingen vom Kopf eben an diese mentale Leistung, das ist aus meiner Sicht fast noch mehr als die körperliche, muss man sich ein bisschen rantasten. Das muss man lernen und da ein Gefühl für kriegen. Und das passiert nicht einfach so. Deswegen, ich habe meistens, ja, Angst ist zu viel gesagt. Aber an den Tagen, wo ich dieses Training mache einmal die Woche, da habe ich schon immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil es macht in dem Moment keinen Spaß, keinen Spaß. Und gleichzeitig ist es halt auch eine super Erfahrung und ein super Stressregulationstool irgendwie. Weil wenn du morgens so ein Training machst und dann fährst du mit dem Auto irgendwo hin und irgendein Knallfrosch nimmt dir die Vorfahrt und hupt dann noch und regt es irgendwie auf, das ist total egal. Also wenn du so eine körperliche Erfahrung gemacht hast, die dich so an die Grenze bringt, dann relativiert das ziemlich viel. Und genau das ist eben wichtig, wenn man die Intervalle macht, dass man sie richtig macht und sich nicht selber veräppelt. Und das ist aber gar nicht so einfach. Da muss man sich ein bisschen rantasten. Und deswegen haben die das auch in dieser Hicksen-Studie so hinbekommen, weil die die Leute eben sowohl inhaltlich vom Programm, aber auch in der Begleitung einfach richtig gepusht haben. Wenn wir jetzt ein anderes Szenario nehmen. Eine 40-jährige Frau, die relativ viel Alltagsbewegung hat, die hat irgendwie zwei Kids, mit denen flitzt sie viel auf den Spielplatz, die fährt auch viel Fahrrad, die guckt, dass sie alles mit dem Rad und dem Hänger macht und ist so viel unterwegs, hat total viele Schritte, die knackt eigentlich immer die 10.000 und die macht auch bewusst aktiv was für ihre Gesundheit. Macht Yoga und Pilates irgendwie ein, zweimal die Woche. Aber so richtig ambitioniert Sport hat die nicht gemacht. Und die wichtigste Frage, die ist erstmal für mich ganz, ganz, ganz weit weg vom V2 Max. Die wichtigste Frage, wie dieses Training jetzt aussehen sollte, wäre, was kannst du denn heute machen? Womit kannst du denn heute beginnen, liebe 40-jährige Frau, mit deiner vielen Alltagsbewegung und Yoga und Pilates? Damit du in drei Monaten noch mehr Lust auf Training hast. Go slow, taste dich ran, mach erstmal leichte Läufe über 30 Minuten, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich dir jetzt gerade beschrieben habe und wo ich so drauf gepocht habe. Weil, wenn du nämlich jetzt anfängst und sagst, okay, Moritz hat gesagt, Intervalle, 4x4, aha, gutes Konzept, aha, mach ich mal. Boah, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Na gut, ich quäle mich aber jetzt nächste Woche nochmal durch, mach es nochmal. Oh, es macht mir überhaupt keinen Spaß und ich fühle mich auch danach nicht gut. Irgendwie, ich kriege dann leichte Knieschmerzen, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil der Moritz hat es gesagt und dann macht sie das nochmal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach drei Monaten diese Frage mit Ja beantwortet oder sagt, ja, boah, ich habe jetzt Blut geleckt, ich will jetzt noch mehr machen, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich niedrig. aber das ist ja genau das Spiel, das wir spielen. Wir spielen das Long Game auf die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre und wenn ich jetzt so eine Empfehlung raushaue und jemand versucht, das umzusetzen und sagt dann nach drei Monaten Fuck it oder sagt es schon drei Wochen, dann ist überhaupt gar nichts geworden. Dann ist im Gegenteil vielleicht sogar ein bisschen was kaputt gemacht. Wenn wir jetzt einen 60-Jährigen nehmen, der früher ganz viel Sport gemacht hat, der war früher immer laufend, der hatte da vielleicht auch einen ganz guten wie Otto Maxx, ist mal einen Marathon gelaufen und sagt, ja, ich war da richtig fit, aber jetzt irgendwie viel im Beruf zu tun, Stress, wie es halt ist im Leben, ja, und hat auch irgendwie dann aufgehört mit dem Laufen, weil er so vor zehn Jahren ein Wehchen an der Hüfte bekommen hat, Arzt sagt auch, ja, Arthrose, muss man mal gucken, kann sein, dass er irgendwann in die Hüfte kommt. Da ist die Frage natürlich auch, hey, was kannst du jetzt machen, dass du in drei Monaten noch mehr Lust hast, gesunde Bewegungsroutinen zu entwickeln, aber eine genauso wichtige Frage jetzt speziell bei ihm wäre, was musst du denn tun, um dein Verletzungsrisiko zu minimieren beziehungsweise erst mal die Beschwerden, die du de facto schon hast im Bewegungsapparat, wieder loszuwerden. Das heißt, da würde ich anders als der 40-jährigen Frau noch nicht mal empfehlen, ja, jetzt lauf einfach mal los und guck mal, was passiert und gewinn mal so ein bisschen Gefühl und gute Laune und so, sondern da braucht es wirklich noch viel mehr den Schritt zurück, Big Picture überlegen, was machen wir hier überhaupt, wie können wir hier strategisch einen Masterplan entwickeln, der auf die lange Sicht für dich funktioniert, lieber 60-jähriger Mensch, der früher viel Sport gemacht hat, Marathon gelaufen ist, aber jetzt Hüftschmerzen hat. Und das kann ich natürlich jetzt nur als Idee so in den Raum stellen, man muss es dann wirklich im 1 zu 1 und sehr individuell anschauen, wie man Mobilisations- und Stabilitätstraining macht, wie man den Bewegungsapparat einlädt, wieder gesund zu werden oder sich zu erinnern, wie das aussehen kann. Und da werden jetzt die meisten Orthopäden wahrscheinlich, die werden diesen Podcast gar nicht hören, aber wenn sie ihn hören, dann werden sie irgendwie die Augen rollen. Ich kann euch sagen, ich habe wirklich so gute Erfahrungen auch mit zum Beispiel solchen 60- oder sogar einem 70-jährigen Menschen gemacht. Multiple Knie-OPs und orthopädische Diagnosen und Bildgebung sagt hier Arthrose und Meniskus hinüber und, und, und. Und da war ich ganz vorsichtig am Anfang und habe wirklich trotzdem so gute, ermutigende Erfahrungen gemacht, dass ich Freude habe und Fingerspitzen kribbeln, weil mir selber das gar nicht möglich erschien. Und ich sage nicht, dass das immer so geht. Ich möchte euch nur auch ermutigen, euch nicht von irgendeiner Diagnose da entmutigen zu lassen, sondern im Gegenteil zu sagen, okay, ich gebe mir die Zeit, die es braucht, aber ich mache mich auf den Weg. Ich hole mir die Hilfe. Ich gehe zu einem ganzheitlich denkenden Orthopäden. Solche gibt es nämlich tatsächlich. Ich gehe zu einem Physio, der was verstanden hat. Ich gehe zu einem Osteopathen, der was verstanden hat. Ich taste mich da durch und ich investiere ein bisschen was und euch einfach auf den Weg macht, weil vielleicht werdet ihr keine 4x4-Intervalle mehr machen, wenn ihr in einem fortgeschrittenen Alter seid und wirklich schon manifeste Beschwerden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr schmerzfrei im Alltag werdet, die ist zum Beispiel richtig hoch. Und das ist so viel wert, weil daran hängt einfach ein riesiger Rattenschwanz für Training im Allgemeinen. Und das wünsche ich euch sehr. Und das ist wirklich ein Möglichkeitsraum, der viel, 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 viel größer ist, als wir in der konventionellen Medizin das anerkennen und den Leuten anbieten. Das wären also einige Gedanken zu der Frage, wie kann ich jetzt diesen VO2-Max-Wert trainieren? Ich mag das Thema so gern, weil es eben ein tolles Beispiel für diese langfristige strategische Präventivmedizin ist. Das ist nichts, woran man glauben muss, sondern wenn wir diese langen Zeithorizonte angucken und das für einen 30-Jährigen mal durchdenken, was da in den nächsten 50, 60 Jahren passiert, dann kann man diesen VO2-Max-Wert eben relativ gut kalkulieren. Wie entsteht der? Wie kann man den verbessern? Wie nimmt der auch ab im Laufe des Lebens? Und dadurch kann man sehr individuellen Trainingsplan eben angepasst auf auch genetisches Risiko oder das, was im Labor drin ist, was die Leute einfach wollen, also was für die funktioniert, kann man da entwickeln. Und das macht total Spaß. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch auf den Weg macht und euren VO2-Max verbessert und dieses riesige Potenzial da ausschöpft, das da ist. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ich wünsche euch alles Gute. Liebe Grüße, euer Moritz. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr, als nur darum, länger zu leben, nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür, die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1 zu 1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.